Ein wichtiges Thema bei uns in Niedersachsen in der Oberstufenphysik sind Schwingungen und Wellen. Vor allem die harmonische Schwingung ist dabei von Belang und dazu gehört die Federschwingung, wie ich euch jetzt in Experiment und Theorie zeigen möchte. Was hier zu sehen ist, ist eine Masse, die an einer Feder schwingt und daneben eine Stange, die an einer Scheibe rotiert. Wenn man jetzt etwas Zeit investiert und das Ganze in Ruhe ausjustiert, dann kann man es schaffen, dass die Schattenprojektionen, die hinten im Bild zu sehen sind, fast die ganze Zeit nahezu synchron sind. Das heißt also, die Schattenprojektionen einer Drehbewegung und die einer Federschwingung lassen sich komplett synchronisieren. Das wird ausgenutzt für das Zeigermodell. Hier sieht man schön, dass die Auslenkung S von T einer Masse, die an einer Feder schwingt, sich jederzeit auf gleicher Höhe befindet mit der Y-Koordinate einer Masse, die sich auf einem Kreis bewegt. Dabei muss der Radius der Kreisbewegung der Amplitude der Schwingung entsprechen. Und das ist dann auch die Zeigerlänge. Das können wir mathematisch weiter ausnutzen, denn wir haben jetzt links ein rechtwinkliges Dreieck und da geht eine trigonometrische Zusammenhänge. Und genau hinschauen, erkennen wir, dass Y von T die Gegenkathete zum Winkel Phi ist und der Zeiger R bzw. A die Hypotenuse. Das heißt, es gilt, Sinus von Phi ist gleich Y durch R. Ich stelle das mal ein bisschen um. Dann steht da Y ist gleich R mal Sinus von Phi. Oder wenn ich die Zeitabhängigkeit ein bisschen berücksichtige, der Zeiger hat eine feste Länge, aber der Winkel Phi ändert sich im Laufe der Zeit. Das heißt, Y von T ist R mal Phi von T. Und für Phi von T kann ich einfach Omega mal T einsetzen, denn die Kreisbewegung findet ja mit konstanter Winkelgeschwindigkeit statt. Und damit haben wir auch schon die Sinusfunktion, deren Graphen wir kennen. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Und wir können zu jedem Zeitpunkt eine Phase Phi durch den zugehörigen Winkel festlegen. Das heißt also, das Experiment legt nahe, dass die Federschwingung sinuswürmig verläuft. Aber vielleicht ist es ja auch nicht ganz exakt. Schauen wir also mal, was die Theorie dazu sagt. Für Federn gilt in der Theorie das Gesetz Kraft F ist gleich minus D, das ist die Federkonstante, mal Auslenkung S. Das nennt man das Hooke'sche Gesetz. Okay, der echte Hooke wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen haben als diese Figur hier. Eine kurze Bemerkung noch zum Minuszeichen, denn das lässt man ja in der Sekundarstufe 1 meistens weg. Hier wird es jetzt nachher noch wichtig und das ist darin begründet, dass eine Feder, die zum Beispiel nach unten ausgelenkt wird, mit ihrer Kraft nach oben zieht. Und wenn sie nach oben zusammengedrückt wird, dann zieht die Kraft nach unten. Das heißt also, die Richtung, mit der die Feder an der Masse zieht, ist immer genau entgegensetzt zur Auslenkung, mit der die Masse aus der der Ruhelage entfernt ist. Es gibt noch ein zweites berühmtes Gesetz in der Mechanik, nämlich die sogenannte Grundgleichung, erstes newtonsches Axiom, das besagt Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung oder als Formel f gleich m mal a. Das heißt, hier in der Situation können wir jetzt diese beiden Formeln gleichsetzen und dann gilt m mal a ist gleich minus d mal s. Da wir eine Funktion in Abhängigkeit der Zeit suchen, lohnt es sich mal genau hinzuschauen, welche Größen von der Zeit abhängen und welche nicht. m, die Masse, ist sicherlich zeitlich konstant, die Beschleunigung hingegen nicht, die hängt von t ab. Die Federkonstante heißt ja Konstante, ist zeitlich konstant, die Auslenkung nicht. Ich mache nur eine kleine Umstellung, indem ich beide Seiten durch m teile und dann steht da a von t ist gleich minus d durch m mal s von t. Nun muss man den Zusammenhang zwischen s von t und a von t kennen, denn wenn ich die Ortszeitfunktion s von t einmal zeitlich ableite, erhalte ich die Geschwindigkeitszeitfunktion v von t. Leite ich v von t nochmal zeitlich ab, dann erhalte ich die Beschleunigungszeitfunktion a von t. Sprich, a von t ist die zweite Ableitung nach t von s von t und das schreibt man so. Zeitliche Ableitung kriegen wir so einen Punkt über den Buchstaben, das ist aber im Prinzip dasselbe wie f2 Strich von x. Das, was jetzt hier steht, ist eine Differenzialgleichung. Eine Differenzialgleichung muss man als Forderung verstehen, das soll die Lösungsfunktion machen. Differenzialgleichungen sind im Allgemeinen recht schwer zu behandeln, das macht man an der Uni und auch nicht gerade im ersten Semester, so drittes Semester aufwärts, dann kann man sich damit ernsthaft beschäftigen. Diese Differenzialgleichung können wir aber auch schon in der Schule lösen, denn die ist ziemlich leicht zu lösen, zumal wir ja auch schon ahnen, was die Lösung ist, ja aus dem exponentellen Befund. Wir haben ja schon vermutet, dass die Sinusfunktion dahinter steckt. Das heißt also, wenn ich mal annehme, dass S von T Sinus für mich ist, dann sieht die Funktionsgleichung erstmal so aus. S von T ist gleich irgendeine Amplitude mal Sinus von Omega mal T. Okay, eigentlich müsste ich noch eine Startphase 4,0 mit berücksichtigen im Argument, also Omega mal T plus 4,0 schreiben, aber das ist für diese Untersuchung nicht von relevant, es würde nur die Gleichung komplizierter machen. Leite ich also jetzt mal ab mit den ganz normalen mathematischen Ableitungsgesetzen, dann komme ich auf S Punkt von T gleich A mal Omega, Omega ist die innere Ableitung von Omega mal T und aus Sinus wird Cosinus. Leite ich das Ganze nochmal ab, dann wird aus Cosinus minus Sinus, das Minus habe ich nach ganz vorne geschrieben und als innere Ableitung wandert nochmal ein Omega nach draußen, kommt zu dem Omega, das schon da ist, dazu, sodass dort steht Omega Quadrat. So, und jetzt schaue ich mir die Gleichung mal ganz genau an und stelle fest, hm, S2 Punkt von T sieht ja fast genauso aus wie S von T, nur dass ein Minuszeichen dazu gekommen ist und das Omega Quadrat. Das heißt also S2 von T ist gleich minus Omega Quadrat mal S von T. Das macht die Sinusfunktion. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Differenzialgleichung, was die Funktion machen soll, dann haben wir es. In diesem Fall unter der Bedingung, dass Omega Quadrat dasselbe ist wie D durch M. Und hippe, pura, die Federschwingung ist tatsächlich sinusförmig. Und ich kann noch aus der Theorie ein bisschen mehr Informationen rausziehen. Ich stelle mal etwas die Gleichung um, aus Omega Quadrat gleich D durch M, mache ich mal 1 durch Omega Quadrat gleich M durch D, also vertausche Zähler und Nenner auf beiden Seiten und ziehe dann noch die Wurzel, sodass dort steht 1 durch Omega mal Wurzel aus M durch D. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das gemacht habe, Antwort ist, damit ich das einsetzen kann in eine Formel für die Periodendauer. Denn es gilt ja bekanntlich, Omega ist 2P geteilt durch die Periodendauer T. Das sollte man aus Kreisbewegung noch wissen. Stell das mal um, indem ich rechne mal T und durch Omega. Dann steht dort T ist gleich 2P durch Omega oder noch deutlicher ausgedrückt 2P mal 1 durch Omega. Setze den Term darüber einfach ein und erhalte schließlich 2P mal M durch D. Damit haben dann die theoretischen Überlegungen tatsächlich den experimentellen Befund bestätigt. Die Federschwingung ist eine harmonische. Ja und mehr noch, wir haben sogar herausgefunden, wie groß die Periodendauer ist. Wie gerade gezeigt, T ist gleich 2P mal Wurzel aus M durch D. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut.